Hallo, ich bin Joel Ung und arbeite bei WeLoveYou als Trainer und Berater im Bereich Publishing. Hast du dich auch schon gefragt, wie du deine Gestaltungsidee für einen Flyer umsetzen kannst? Wie tun das eigentlich die Profis? Egal ob Inserat, Flyer, Broschüre oder ein ganzes Buch, Adobe InDesign ist das Tool für professionelle Layout-Gestaltungen. Im Seminar InDesign-Basis lernst du die Grundfunktionalitäten von Adobe InDesign kennen. Schritt für Schritt erstellen wir gemeinsam ein sauberes Layout und lernen dabei die wichtigsten Werkzeuge und Funktionen kennen. Du erhältst eine gute Grundlage, deine Ideen in die Praxis umzusetzen und den ersten Schritt in die Welt des professionellen Layoutens zu machen. Habe ich dein Interesse geweckt? Melde dich jetzt an, ich freue mich auf dich!